ein herzlich willkommen zurück zu let's play super mario maker online heute machen wir was ganz anderes und zwar habe ich mir ein level rausgesucht beziehungsweise levels level die level mehrere level ohne es ja und zwar wer schon länger auf meinem kanal ist beziehungsweise seit anfang des jahres wobei wachstum war seit anfang des jahres eigentlich kaum vorhanden nun ja wie wir wissen die leute die mich schon länger abonniert haben dass ich ocarina of time let's play habe und da hat tatsächlich immer die dungeons nach gebaut 1 2 dann richtig einmal den dekutry die dekutry baum und dodongos cavern ich habe das damals wo wir ich und train das angefangen haben als train und ich es angefangen haben war das so ich habe das spiel blind gespielt und ja jetzt gucke ich ich gucke mal nach ob ich mich daran erinnere weil ich hab echt bock drauf wenn wir die beiden dungeon äh da dann wenn wir die beiden dungeons gemacht haben dann guck mal was die zeit sagt und ja wir starten rein der erste dann von zelda okina of time pass auf beide bei der deku zahl am ende okay abschussrate 11 prozent also easy denke ich mal kommentar 2889 okay wir spielen und fang an sofort ich habe sogar extra extra für heute extra für diesen dings ein kaffee gemacht na aber was heißt extra ne so ok wir starten also vor dem deko baum ich habe mir das level nicht angesehen außer weil mir wurde das level oh nice mir wurde das level nämlich in der in der abo box in der vor einer empfehlung vorgeschlagen auf youtube dieser beziehungsweise ich habe das hat mir gesehen und dann war ich kurz darauf auch im auch im dingens moment kann ich das einstellen schade schade ich dachte man kann den tauchton also stellen ich stelle auf euch top ist leiser und flügel hier auch grüne auf teilmusik rein okay mache ich so ich war natürlich ich habe das spiel natürlich blind gespielt und wobei stehen geblieben richtig ich war bestehend mir was die auf youtube vorgeschlagen und ich glaube das haben mittlerweile sehr viele gesehen und ich versuche gerade ein bisschen wieder an mich an den danschen zu erinnern an den ersten und hier und ist ja das spiel netz was man von oben erst mal kaputt machen muss wie krieg man es hin dass man für das spiel netz von kaputt machen wo bist du denn an so eine dinge aber tatsächlich nicht oh gott ach hier ist die krabbel wand mit ins mit ins viechern da müssen wir jetzt die 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 wie hieß das nochmal die schleuder ist ok nice danke ist das die schleuder soll dass die schleuder darstellen weil wir kriegen jetzt die spinne runter damit ne das ist ein dq auf monti gestabelt ok zack gut müssen nach oben ich bin gespannt wie ihr wie die wie ihr hier den boss gemacht hat koma da habe ich mega gespannt auf ernsthaft so war sollte das nicht so lassen das kultur darstellen wahrscheinlich ja ne ja das ist eine dieses kulturas was kommt hier was war was war noch mal hier in diesem raum ganz oben gab es eine rubine ich glaube ich glaube ja ne so links noch was ne ok schade gab es eine rubine so jetzt müssen wir ganz unten wir haben das ja eigentlich ausgemacht ja nice und natürlich ins wasser rein ok sehr gut das ist ja wie ich muss mir immer wieder drücken da unten war doch das mit den fackeln da muss man auch die fackel irgendwie machen aber schlau also sehr schlau gleich sofort resetten ist das so was war das für ein raum eigentlich noch ich kann mich ok das in den raum erne ich mich da musste man unter dieser walze dort durch ne ja so aber so nicht er kommt ah skultura lass mich in ruhe ok wir werden das sehr human das level sag ich ne sag ich ähm was das würde ach ja gut dann könnte müsste man ich wollte gerade sagen wenn ich mir einen spin jump hier gemacht hätte ok nochmal den schalter aktivieren ok oh nice gut also bis jetzt gefällt mir es mir wirklich sehr also ich erkenne zwar nicht alles wieder weil ich ocarina of time wirklich nicht auswendig kenne muss ich ehrlich zu sagen ich hab ehrlich zugeben denn ich hab das spiel ich hab oot halt nur einmal gespielt und das ist mein let's play werde ich am ende übrigens verlinken mein oot let's play könnt ihr euch geben ist sehr lustig geworden ist auch mit mit train dabei und alles tut die war doch die richtige einfache oder täusche ich mich mitte rechts links mitte rechts links und rein da ok ok das soll goma darstellen oder wat leh krass auf die idee muss man erstmal kommen eine riesen spinne zu bauen naja wie hätte man es sonst machen sollen ne wie hätte man es sonst machen sollen mit dem auge schießen und hier ist das zeichen des mutes denke ich so münzen sammeln wir alle neun so viel zeit muss sein und dann gehen wir ins ziel ok ja war sehr gut war sehr gut wirklich war gut wirklich ich kann kein achso ok ne doch war wirklich gut ähm kriegst auch einen kommentar von wegen na kriegst kein kommentar hab's mir anders überlegt in dem moment wo ich draufgetippt habe hab ich mir gedacht so ah das dauert zu lange gut zum nächsten level das da heißt zelda ocarina of time dodongos cavern die höhle dodongos hülle zweiter tatsch von zelda ocarina of time ihr seht hier links den levelcode übrigens ihr dürft das alle selber spielen aber ihr glaubt wenn ihr mario mehr gehabt werdet ihr dieses level nicht verpassen so mal gucken ob ich mich irgendwas erinnere denn eigentlich darf das noch nicht so lange her sein ich mein ok hier müssen wir rein dafür brauchen wir irgendwie ne bombe oder so sollen das die gruhen darstellen hier so eine 10er coin ah da sollen die gruhen darstellen das ist sehr lustig ein monty sehr gut normalerweise bekommt man ja da oben am berg glaube ich so einer dieser feuerblumen ne gut die ganze ocarina of time leute die 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 wissen das die die kennen das spiel auswendig die haben es 100 mal durchgespielt und ich nur einmal ich noob ähm ok wir brauchen ein key ist das die die das skelett ja ne muss dieses skelett sein ja müsste ja ist safe das skelett ok was haben wir hier ich geh mal erstmal unten weiter sehr schön ok was ist das hier ok das ist einer dieser ich weiß was das ist das ist das ist doch die wie haben wir sie genannt train herbert und was weiß ich das war diese 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 lizards die über die plattformen hin und her hüpfen muss man ein immer zeit angreifen und so daran erinnere ich mich noch ja daran erinnere ich mich noch ich könnte jetzt noch zurück oder komm ich mit dem key komm ich mit dem komm ich nicht okay daran hat er gedacht ist die oben irgendwas ja nice ok was ist das hier ich weiß ich weiß was das ist das ist dieser raum wo man wo die wo man wo die bomben pflanzen um das dingens da rum sind oder was ok ich erinnere mich nicht an alles leider tut mir echt leid ich weiß nämlich gar nicht was das mit thromp eben sollte aber aber ok das das ist eine ich hätte doch warten können ne das ist eine goldene skulptula glaube ich ja 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 ok das spiel ist auf jeden fall fair ok bombe also das level ist fair wirklich sehr fair ich finde es übrigens auch 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 mal zum anmerken ähm wenn man jetzt irgendwelche bombe bombeoms gegen die wand schmeißt dann kleben die sozusagen da ran und kleiden da runter ist das schon mal aufgefallen war das früher auch schon so ah natürlich das ist das ja das ist diese brücke ja gut hier ist auch eine brücke aber ihr wisst ihr wisst ganz genau ich weiß ganz genau das ist wahrscheinlich eine dieser abkürzung die man vor oben freischalten muss ne man muss irgendwie die bomben hier ist auch ja irgendwie bomben was war das war das auch bomben oder was war das was man ah hier ist auch noch was ah das ist diese wand ne wo man die skulptur wo man doch eine goldene skulptula hinten findet ne ja 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 ich weiß bescheid so wir gehen zurück in die mitte und kommt jetzt der boss von dodongo nein ne dodongo kam noch nicht oder kam dodongo schon ne 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 was ist das jetzt für ein bereich ok checkpoint ich versuche mich grad zu erinnern aber ich weiß echt nicht was das hier für ein bereich darstellen soll man geht da rein was kam denn nochmal danach keine ahnung weiß ich echt nicht mehr tut mir echt leid das ist wirklich ein ne ein Loch ups ok also komm weiter komm das mach ich Also jetzt schon doch, du Dong. Man muss hier nämlich eine Bombe irgendwie reinschmeißen. Oh Gott. Keine Scheiße bauen. Schnell weg hier. Und er geht da runter. Wie im Original. Cool gemacht. Wirklich cool gemacht. Und er klebt mir sogar das Herzcontainer. Ja, sehr schön. Alter, meine Güte. Der Part geht aber wirklich kurz, wenn ich den jetzt beende. Was machen wir da? Erstmal kriegt das Level hier ein toll von mir. Wir gucken mal. Bis gleich. Ich gucke mein Level halt durch. So, ich habe nochmal bei Majora. So heißt der Typ, der mit dem Ocarina of Time Level. Ich gucke mal, bin mal beim Herzvergeben raufgegangen, was er so geherzt hat. Und ich sehe hier schon, The Ghost Ship. Äh, old-fashioned, äh, fashion, 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 fashion. Ja, ich wüsste. S&B-3 Level, in which you have to pass through, äh, Boos Fleet. Alles klar. Das bedeutet, es ist ein fucking Geisterschiff. Hört sich immer gut an. Wir spielen das mal. Von Moluk 1. Moluk. Und es ist ein Autoscroller. Okay, wie bleibt, was... Was erwartet uns hier? Okay, Stimmung ist auf jeden Fall schon mal sehr cool. Das ist ja dumm. Das ist ja dumm. Knochen trocken. So, gib mir Pilz bitte. Danke. Ist das euer Ernst? Ich warte ja schon nicht... Ich warte ja schon nicht gerne, ne? Ich habe einfach keine Geduld für sowas. Wirklich nicht. Zum Glück werfen die Knochen trocken hier noch nicht mit ihren Knochen. Okay, die bleiben unten, ne? Ich habe ein bisschen Schiss. Oh. Oh, nice. Ein Checky. Okay. Okay. Oh, nice. So eine Feuerblume. Okay, hier ist nochmal... Ich meine, das ist bei sowas immer der Bossraum, aber ich glaube... Okay, es geht... nach unten. Oh. Sehr schnell, nach unten. Oh. Tut mir leid, Münze, aber nein. Mm-mm. Oh. Schnell, schnell, schnell. Okay, ist hier das Ende? Ist hier das Ende? Nice. Ah, hat mir wirklich gefallen. Ah, hat mir auch gefallen. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? So, nochmal zum Abschluss. Normal zum Abschluss. Als letztes Level nochmal so ein Musiklevel. Ich meine, wir haben noch kein Musiklevel gehabt. Noch keinen, wirklich keins. Und jetzt spielen wir... ...Course... ...Dead Blaze... ...Dead Blaze Sidons Theme... ...Von Breath of the Wild. Und wir sollen normal laufen. Okay. Mal sehen, was die uns hier kredenzt haben. Bin gespannt. Mal sehen, was die uns hier kredenzt haben. Und jetzt raus. Ja. Das war halt das... Levelmäßig war das natürlich nichts. Ich halte von Musiklevel eigentlich auch nichts, aber... Ab und zu kann man ja immer machen, ne? Kann man ja machen. Und ja. Das war doch... War gut, war gut. Man hat es rausgehört. Dann würde ich sagen, ich beende hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dort werde ich... Äh... Ja. Werdet ihr dann sehen. Ich werde ein paar Level von jemandem spielen. Und... Und... Ihr dürfen mir trotzdem weiterhin gerne eure Level-Codes zuschicken. In die Kommentare einfach rein. Einfach reinballern. Egal. Ich werde... Ich habe mir die alle aufgeschrieben. Und ich werde sie bei Zeiten... Spielen. Bis dann. Haut rein und tschüss. Waha! Waaah!